Ich habe mich davor sehr bedeckt gehalten, aber ich finde es unglaublich schlechte Entscheidung gewesen vom DFB, Manuel Gräfe zu diesem Spiel einzusetzen. Der Schiedsrichter sollte nie im Mittelpunkt stehen und hier so eine Entscheidung zu machen, wo wir den Schiedsrichter in eine extrem, extrem schwierige Situation bringen. Zum Glück war heute keine enge Situation dabei, die spielentscheidend war. Aber so eine Ansetzung zu machen, das ist verantwortungslos gegenüber den Schiedsrichtern selber. Das darf man nicht machen. Das ist völlig unangebracht. Und wir alle haben nur den Kopf gestüttelt, haben alle aber versucht, Ruhe zu bewahren nach außen. Aber das ist eine Sache, die absolut nicht geht.